Weiter geht's mit METRO 2033 Immer noch hier Immer noch bei dem Versuch hier durchzukommen ohne die Typen da auf uns aufmerksam zu machen Der Versuch davor war ja gar nicht mal schlecht Ich hab nur irgendwo was berührt, was dann geklappert hat So nett war Du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht Ich dachte du kriegst mich nicht Check das doch Was ich sage ist Pflicht Au Jetzt stirb doch endlich mal Oder bist du einer von diesen Unsterblichen? Wenn ja Wenn ja Hab ich ein Problem Ich glaub er ist tot Ich bin mir nicht sicher Aber Nein Das war Selbstmord Eine andere Waffe nehmen wir Selbstmord Seid mir doch mal ehrlich, eine andere Waffe nehmen wir Selbstmord Ah, Togletten BZW allein das was ich hier mache ist Selbstmord Von dem her Aha Da bin ich vorhin runtergefallen Ups Ah So ist es aber nicht Gedacht hier, dass mir mein Rückweg wegstürzt Soll ich wieder nach oben kommen? Hallo? Soll ich wieder nach oben kommen? Ups Alter, bleibst du einmal stehen, bist du tot Ich sag schon wieder das Gefühl, dass da was ist, was ich nicht mag Was vermutlich stimmt Ah, speichern Danke sehr Das heißt ich kann hier einmal Lalalala Aha Ich tu dir nichts, du tust mir nicht und wir können beide glücklich nach Hause gehen Warum habt ihr immer alle was gegen das Glück nicht nach Hause gehen? Wieso habt ihr alle was dagegen? Ich fände super Ich fände super Ähm, sagt das? Hä? Mun 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 Wie komm ich da runter? Ähm Oh, wo komm ich da hin? Ja, stimmt Da fehlt jemand nur einen Schuh WÄ? Flotschen weg! Verstanden? Flotschen weg! Äh, nö, ich will die Mun da haben Meine Mun! Mui mun Mhh Na, du gieß mich auf'n Kek-Lampe Gieß mich auf'n Keks Hm Kann man hier auch irgendwie lang? Kann man sogar Ah, Shotgun-Munny. Das ist hier ganz viel wert, Shotgun-Munny. Hops, und hops, und, ähm, all da war's. Hm, wie kann man nicht da hin? Weil ich frag mich lieber, wie komm ich da hin? Hm, geht nicht. Äh, geht an mich. Irgendwie muss ich da runter kommen. Ah, ich seh schon. Jetzt seh ich endlich. Schon ist gut. Ich seh endlich. Hups, und hups, und hier längs. Ich hab's endlich gesehen, wo ich lang muss, um da hinzukommen. Hallo, Munny. Ich hab's noch nicht gesehen, wie viel Schrot die alleine vertragen. Er ist hier unmenschlich. Äh, lang gehen gingen, tut's Tatentätenes hier. Glaub ich. Ja. Na, bevor wir weitergehen, dachte ich mir doch erst mal wieder... ...denn, wie wir alle wissen, Licht ist dein bester Freund hier. Weil hier ist es eh egal, ob du Licht an oder aus hast. Die Monster kommen ja irgendwie doch auf dich zu. Das find ich ein wenig doof. Okay, find ich so, dass man hier runter muss. Ach, Speicherpunkt. Ein wenigstens, somehow, nett und so. Ein bisschen netter. Einfach mal ein bisschen Schleichhorn. Ihr hört mich nicht, ich hör euch nicht, wir sehen uns nicht und ich bin schon weg, bevor ihr es über... ...glaubt, merkt. Muss ja wirklich lang. Wir haben alle da ist. ...la la 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 la... ...la la la... ...du hörst mich nicht. Du hörst mich einfach nicht, okay? Hier? Wieso sind die an allen Ecken und Enden, diese Viecher? Nein, nein, schlaft euch weiter. Schlafe du, Monster, Monster, schlaf weiter. Wieso könnt ihr nicht einfach schlafen gehen? Wieso könnt ihr nicht einfach schlafen? Oh, Moon. Oh, nix, viel weg hier. Äh, Sackgasse. Pöppel. Aufgang. Denn was? Blah. Weg hier. Panik. 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 Äh, Rad. Drehen. Ich dreh am Rad. Boah, das ist nix Neues. Ah. Fuck. Untergefallen. Verdammt. Blöde Bretter. Useless Bretter sind useless. Useless. Hä? Ich bezweifle langsam, dass ich hier lebend wieder rauskomme. Aber Speicherpunkte bekomme ich schön ab mein Ass. Wieso bezweifle ich immer noch, dass ich hier rauskomme? Blah, 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 blah. Okay, hier ist wieder ein Point of No Return. Und da ist schon wieder ein Monster auf. Ich hau dir die Fresse ein. Lecker. Einfach nur lecker hier. Weil ich glaube, ich möchte das Licht einfach mal aus. Vielleicht stört es ihr doch. Was auch immer das genau verursacht hat. Fuck it. Fuck it. Fuck it. Fuck you. Ah. Noch. So viele Löcher. Oh oh. Tür. Ich hab die Tür gefunden. Ich hab die richtige Tür gefunden. Halleluja. Ich hab's gefunden. Ich hab's gefunden. Ich bin am Rand eines Nervenzusammenbruchs. Aber ich hab's gefunden. Immerhin etwas. Jetzt muss ich noch die Achse finden. Hm. Hm. Vielleicht. Oh. Hier. Nee. Hier. Nee. Hm. Grün. Ja. Nee, doch nicht. Ich hasse Grün. Hm. 49 je. Nein. 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 Das müsste es sein. Schwarz. Das müsste es sein. Verdammt. Oh. D6. Captain Obvious schlägt zu. Hm. Leder. Wer hat's gefunden? Wer hat's gefunden? Wer hat's gefunden? Wer hat's gefunden? Genau, weg hier. Da ist noch so ein doofes Monster und so. Ah. Freiheit. Bitte sag mir Freiheit. Ja, Freiheit. Ich hatte die D6-Dokumente gefunden, aber Miller war nicht zurückgekehrt. Ohne seine Hilfe war ich mir nicht sicher, ob ich lebendig aus der Bibliothek herauskam. Aber alles hing davon ab. Doch nicht Freiheit. Verdammt. Ich will hier raus. Ich höre Auto. Oh oh. Da ist schon wieder so ein Bibliothek. Ja, blablabla. Ja, sprechen gelernt und so. Nicht, ich habe. Ein Bibliothekar. Jetzt kommt es zu irgendwie sowas ähnliches wie die Anfangsstelle, glaube ich. Wo willst du hin, Mann? Nur 50 Kugeln bringe ich dich. Du hast es also geschafft, Artyom. Ich hatte Zweifel, um ehrlich zu sein. War auch ganz schön knapp da hinten. Das mit dem Dutzend Bibliothekare da. Steig auf. Das nicht mal wirklich schwere Lektüre und so. Wo geht es denn hin? Zur Kirche. Artyom. Klingelte es bei dir, wenn du den Namen Kahn hörst. Kahn! Er hat uns geholfen, dich zu finden. Kahn! Ich weiß noch immer nicht, wie er das geschafft hat. Nein, wie war das mit etwas Musik? Klar, machen Sie sie ab. Hallo, es ist Kahn. Er ist OP. Der Typ ist über. Der ist so eine Art Halbgott hier. Es ist Kahn. Muss ich noch mehr sagen, außer Kahn? Es ist der erste und bislang einzige menschliche Außenposten hier oben. Spartas Außenbasis. Zieh dich um. In der Zwischenzeit schaue ich mir mal die Dokumente an, die du mitgebracht hast. Hätte vielleicht jemand die Güte mir hier eine Rüstung zu verkaufen? Wäre schön und so. Ich halte mir hier zu wenig aus. So, erst mal. Ah, Luft. Luft, Luft. Aber diese Bunker hatte es als erstes erwischt. Wer macht hier alle? Achso, Holzhacken. Moors Holzhacken. Hi, Ation. Ich bin Wladimir. Nimm, was immer du brauchst. Nepp. Hm. Meiner ist besser, besser. Uh. Oh, Moon. Moon for free und so. Brauchst du nicht, aber egal. Ist das das, was ich glaube, dass es ist? Boah, Muni, 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 Muni. Ernsthaft. Was seid ihr hier für verrückte Leute? Ich meine nur, das ist ne fucking Schrot-MG. Ich meine nur, das ist ne Schrot-MG. Hallo. Und was ist das hier? Ultra-Luftdruck-Gewähr... Mark-6 und so. Bla. Was habt ihr hier für kranke Waffen ernsthaft? Okay, aber hey, wir sind rausgekommen aus der Bibliothek. Wir haben es überlebt. Wir haben es überlebt. Wir haben es überlebt. Und weiter geht's beim nächsten Mal. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.